Zwei Wochen ist es her, da saßen hier drei nette Herrschaften, einschließlich mir, die sich gebettelt haben, wer am weitesten kommt. Nun ist diese Truppe wieder am Start und versucht es gleich noch einmal. Wer gewinnt die Million? Das ist hier die Frage. Nein, eigentlich heißt es immer noch, wer wird Millionär? Das Pech, das Pech verfolgt mich seit Mitte Oktober. Ja. Ich werde zurück. Wir gehen auf die letzte Frage.